...Messungen festgestellt, dass die Schwingungen der Tribüne, die durch das Rupfen der Fans entsteht... Mach bereit. Moin, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht. Ey, was geht, 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 was, 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 was... ... 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 So, 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 jetzt geht's weiter mit denen. Was? Warum? Rank Kit. Digga, wie du nur noch einmal Rank Kit sagst, ne? Rank Kit. Warum sagt man Rank Kit? Das heißt nicht so, sonst schreibt das so. Nur weil, nur weil, warte mal... Wobei Konzentration mit T-I-O-N geschrieben wird, sprichst du auch nicht Konzentration. Doch, was spricht man so? Scheiße. Ja. Ja, spricht man, also Rank Kit, spricht man nicht Ranked, äh, spricht man nicht Ranked aus, sondern Ranked. Ranked. Digga, wenn du noch... Digga, das heißt Ranked. Ich kann nicht tun, das heißt Ranked. Die, also nennen wir eigentlich einen Spieler, der Ranked sagt, dass... Ne, David. Ja, David, kenn dich auch, du sagst einfach David. Äh, David. Ja, Frankfurt, wegen... Alle behindert. Ne, Spaß, aber alle doof. Digga, niemand sagt Ranked. Doch. Außer man kann das nicht aussprechen, Digga. Ich kann versichern. Genau, mein Haus. Häh. Keiner... Ich bekomme eine empfalte Tet Duty�monie. Ich bekomme die empfalte bronienen. Diesmal ist in der Mauern der Riesenwand. Schwange ich mach auf, Sie! Und das habe ich bezahlen. noch ein Geschenk die die gerade jetzt halt nicht mehr weil ich es auch genommen habe die ich habe die in der Mitte der ganzen Nacht so gefühlt Ich hab versprochen, Daily Live, da bin ich Daily Live und ich war heute inzwischen live, aber nur für irgendwie 20 Minuten oder so. Ich war da richtig kaputt, ja. Keine Ahnung warum. Ja, das Bild scheint sich jetzt schon auszugehen. Das geht ja. Ja, das Stream ist GTA. Rein theoretisch würde das gehen, aber das wird uninteressant. Niemand guckt sich GTA an, wie wir nicht machen. Banküberfall. Das ist ja auch nicht so spannend jetzt, ne? Weißt du ja keinen? Ja, manche Menschen feiern aber nicht so. Ja, manche Menschen... Ich komm zu dir bitte für den Mod. Die Sterne bitte für den Mod. Und ich komm die mythische Arten. Was? Mythische. Kannst du denn was getrocknen? Mythische Enten. Äh... Ist das dabei? Ja, wie wir sagen. Ja. Aber wir sind so krass. 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 Wir werden gleich weggehe according. Wie das? Wääh! 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 Wääh ne sich für das Tee ziehen loan stets. Ja weh, ne the tickneall. I caught den recovering. Und schon... Nimm mal das balancing. Und die bik... Bicky gibss. Dämmrse, ich hab nicht einen Schaden bekommen. ich bin schon mal zum trusor wenn du die müde schon ich bin von den trusor also die mythische ja du sie ganz menschen die wir verlieren Ja! Die gute Panne. Äh, Smyth und Scheitz-Ziefernrohre Kissen nicht. Ah, ist das Hyper-Moon? Ne nicht. Oh, guck mal. Wenn du hier eine Dilane-automatische Pampe hast, oder da, liegen 2 Dilane-automatische die wir sieben zwanzig an zwölf kann man mit seiner wohnen ich kann nichts bauen Schau, Merz. Pass du auf, dass die nicht reinkommen, ne? Machen die die von oben oder so? Oh, das ist immer keiner. Was, wo willst du hin? Ich hab gesagt, wir bleiben hier. Die sind schlauer. Wenn wir jetzt rausladen, haben die einen Vorteil. Ja. Jetzt bleibt was ohne Scope. Ich bleibe hier und warte, bis ich komme. Ich kann wieder sehen, wenn die kommen. Ja, wenn die kommen, dann editierst du auch und dann schießen wir beide mit der Pump. Ja, ist so, wie wenn du im Edit bist und äh, also am Editen bist, obwohl ich gerade... Komparier mal bitte. Geht nicht? Hm, hm. Ich hau dir gleich in deine Fresse, ne? Ich hab gar nicht geschossen, oder? Ja, natürlich. So ein-, zweimal. Lass da mal einfach pushen gehen, oder? Ja. Die kämpfen gegen mehr Anlagen. Ja. Ich schleiche mich hier von hinten an. Also ich geh aufs Dach. Pasen. Ok, hopp. Oh mein Gott, nein. Ich bin der schlechteste Spieler. Oh mein Gott, nein, ich bin der schlechteste Spieler. Das ist ja ja peinlich. Du hast das gerade gesehen? Scheiße. Du hast aber noch gelebt. Was machen, die sind übel Stalkschild. Ich geh aufs Dach. Ich geh auf aufs Dach. Ich geh aufs Dach. Eigentlich schon. Willst du jetzt nicht pushen gehen, oder, damit du nicht so lange warten musst? 90 mit bau unter dem bisschen man sieht es gibt sich obwohl die so oft ist ich hatte die vier jahre keine auskunft oder so hätte das ist noch hier mh da 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 die sind so dog shit da die 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 den oh moment hör mal bitte auf 1 histories nichts bitte okay tolle danke aber acht isas Ich bin übel scheiße, lass mich mal bitte scheiße sein. Jetzt weißt du was ich mein? Dann lass mich scheiße sein. Oh mein Gott, das war jetzt übel scheiße von mir aber trotzdem. Ich bin übel scheiße. Da steht, nein. Das war ein. Dance, witch, dance. So ein Ba... Ich hab's... Der ist los! Der hat sich nicht hoch und runter und auf die Leiter nicht geholfen. Ja, aber ich glaube, dass ich das. Ja, aber ich glaube, dass ich das. Ja, aber ich glaube, dass ich das. Ich glaube, dass ich das. Zuschauer oder so, aber da hab ich auch irgendwie 3 oder 4 TikToks verwartet und dann sind alle zu anderen Autos wohl. Die haben also sogar alle reinabonniert, ich hab jetzt auch, also ich hab an dem Tag 10 Abonnenten gemacht. Ich hab das Maingebäude nicht umsonst markiert, ne? Ich hab's ja auch nicht umsonst gesagt. Du, du hast gar nichts gesagt, du war okay. Ei, Digga, wasch deine Ohren! Da waren wir, glaub ich, noch ein Junge, der ist jetzt gar nicht mit dem Livestream angeschaut und zurückgespürt, aber... Ich hab drei Wiggis gekauft. Ich hab drei Wiggis gekauft. Ich trau mit mir machen. Digga! Okay, vergriff ich den Mann, ich verreck ich den Mann, ich verreck ich den Mann, ich verreck ich den Mann. Er ist so scheiße, er ist so... Der wurde schon genockt. Der wurde schon genockt. Dann müssen wir uns alle gleiche Skins. Ich weiß noch mal, ich hab auch das müssen bekommen wegen dann. Ja doch, guck mal. Und die Blukate? Er ist gerade in Duo gekommen. Und der wird gesagt, wenn ich so ein Reuzepad... ... ... ... ... ... Am I not? Use it to your heart Der ist so komisch in seine Box eingeglischt. Wo kommen die jetzt hin? Oh, hast du schon was selbst gesehen? Ja, ich hab gesehen. Oh, ich hab gesehen. Wie du schaff ich nicht. Oh mein Gott, hier kommt der Reise. Wie schaffst du schon? In welcher Welt aber? In dieser. Ich hasse ihn. Der ist gut, dann hätte er das nicht gemacht. Warum mache ich deine Karte, ne? Oh! Also, da muss ich... Daumen spitz! Perfekt! Sprengrund! Nein! Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Nein! Ich habe nicht gemeldet, ich kann runter. Und das ist ja nicht so. 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 Leckerlich! Ich hab'in das ist gut. Ja. Dann hält sich die Bummi und die Mund hier. Warum verriffst du eigentliche? Ich hab' ich immer die heiße denn jetzt. Ja. Ich hab' gehört, sie sind ja nicht so. Ich hab' das ich die Hände, sie sind ja nicht so, weil sie auch nicht so. Was? Auf geht's? Ja, wer was ist? Daher hast du gerade mal mit? Okay, das gibt auch die Scheiße. Kann ich auch das denn? Was ist heiße, dass ich dann schimm? Sollte, ist die Pfeiffer? Ja, das ist die Pfeiffer. Hey! Ja, das ist die Pfeiffer. Ist das ein Pfeiffer? Pfeiffer, Pfeiffer. Ist das ein Pfeiffer? Und auch nur Pfeiffer ist das ein Pfeiffer. Das heißt, es kommt vor rein andem. Und ich finde, alle�ikssonnell herinnen. Im letzten Jedis wird der sır hier alter darf man fisch auf mich fisch auf mich fisch auf mich ein neuer Blick ist der Fisch auf mich 1, 2, 3, 3, like that. Mit dem Fisch sieht das verlöslich aus. Guck mal, wie der guckt. Wie Emo. Hast du gerade den Fisch eine Emo genannt? Nein. Das ist an ein Tor geschossen. Burn it. Was ist bei mir? L&Ds, mach die L&Ds mal blau. Wieso, mach ich im Realtime? Du hörst dich ja, ich bin auf TikTok und mach ein Foto. Das ist real. Joy Dallalight, wir haben Crack. Und ziehen durch, wenn wir ein Sack gehen. Oh, okay. Warte mal. Du bist so schnell. Das ist so schnell. Hm, 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 hm. 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 Selten. Ähm. Wir landen wieder da, wo wir landen. Wo wir landen, wir landen. Hier. Wir landen wieder. Wieso markier ich immer dort? Der meins hat's halt auch mal da. Ja, ne, ne, ne. Aber, ne, ja, ne. Ja, ne, ne. Ja, ich geh mal, ne, 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 schnell. Weiß. Weiß. Von Morret. Ihr wollt, kennt ihr dieses grau-weiße Mauspad, das auch so riesig ist. Mit diesen Streifen. Das wollt ich mir holen und die Maus hier. In weiß. Dann würde das alles richtig geil passen. Weißer PC. Weißer Mauspad. Weißer Natur. Na, Bartoyer. Tore. Ja, ich muss noch. Weiß ich fliege, ich krieg direkt zwei Hits. Ich dachte, wir landen dann mal mehr hin. Ja, Entschuldigung, dass ich direkt fast zum Schraubel bin. Ja, okay. Tut so. Ich werde aber jetzt mal in Gebäude. Also, falls du Angst ohne mich hast. Ich bin nicht genug. Oh, wir sind nicht mal. Nein, meine nicht. Weißt du, du wochst mich ins Wängengebäude und dann haust du ab? Digga. Nein, das glaube ich nicht. Auch man kann Biggie's ja nicht abbrechen. Ich finde, das ist ein Alper, die brauche ich. Hast du ihn? Wir gehen selbst in den Zug. Da sind schon mich überall. Digga. Wir haben keine Waffen, glaube ich. No, no. Hab einen Knock. Ich gebuschen. Nein, Digga, du bist gar nicht eingeschränkt. Der ist immer noch im Zug. Der ist runtergesprungen. Noch nicht. Bist du auch im Zug? Ich bin noch rum. Ich habe ihn geskypt. Der ist geskypt, habe ich gesagt. Ich habe eine Krone. Wo ist mein Krone? Wie, wo ist da einer? Die liegt ja noch. Hey, geh von meinem Luft, meine Metz. Das war mein Kill. Okay. Ich kaufe hier meine Metz. Du bist, baust eh nicht, oder bin ich immer eingangs, bist du versteinert? Natürlich brauche ich. Ich hab noch einen Wiggy für dich. Aber nur, wenn ich deine Metz voll behalten darf. Ja, gib jetzt. Gib mein Metz. Nö. Was willst du machen? Nö. 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 Melde mich. Ja. Da sind wir aber auch automatisch keine Fortnite-Freunde mehr. Also dann blockierst du dich. Ja, weil ich hab die hat mal einer 1v1-Map gemeldet, weil der durch die Wand geschossen hat. Also er wusste nicht, warum er durch die Wand geschossen hat, aber er hat halt durch die Wand geschossen. Und das hat er auch gesehen und dann hab ich ihn aus Spaß zu gemeldet und dann... Wurde der gewandt? Nein, Spaß. Dann wurde der... Also er hat meinen Account irgendwie automatisch platziert. Nö. 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 Spaß hier. Äh... Hier. Ich weiß, ich hab dir vor viel gedroppt. Ja, fast 10. 10 ist in Ordnung. Was? Sie wird aufgewogen. Nee. Du Duli. Geht hier noch 5? Ich will Duli gehen, aber was mit dir? Ist hier wirklich keiner gelandet, außer wie ihr? Und halt die, die wir getötet haben? Ich wurde aus der Luft angeschossen, aber man kann von dem sein, der... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich hab' einen Buchen gefunden. oh god, die Backup sind da da ist er da vor die Floor, die Floor, die Duel sind mit die Floor hast du so wenig Schaffee ja 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 Bedaillon hat's auch schon wieder gelaufen. Komm mal in den Tresor. Was für das Bedaillon gehört dir, Alter? Sonst kann ich uns wein, du Knecht. Ich hab diesmal ein bisschen mehr kurz. Von vorn, paar Fäden. Ich hol der Suppe, wenn du saust. Das ist nicht so genau. Ich vermute die auch nicht. Ja, dann fehlt die Chance, Bitch. Der goldene Pant. Okay, da. Oh, get the fuck off. Get the fuck you Russian rage. Don't ever fucking contest me in your life. Contest me, nicht non-less me. Contest me in your life. Contest me in your life again, because you can't really stay like that. Wie viel Schütze passen in diese Sniper, wenn ich dann... Ja, perfekt. Das Trommel-Magazin auf der Sniper, macht gar keinen Unterschied. Du gibst mir Sniper-Moon und ich geb dir, ähm... Ach, ist denn wirklich das Trommel-Magazin? Ja, aber für ein Gold halt. Was? Ein Gold? Ja, aber bringt ihr nichts. Hallo? Nein, der hat halt auch nur drei Schuss. Nein! Nee, kann man abladen. Mein Gott, bin dumm. Zwei mehr, okay. Gib mir immer ein bisschen Sniper-Moon, dann geb ich dir Metz. Ich hab ja auch Sniper. Ja, dann mal mit. Ich zieh. Hat doch keinen Bock, die Metz zu geben. Nur fünf? Ja Digga, du hast mir auch nur fünf Sniper-Mon gegeben, also was ist mit dir? Ich hör's dir. 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 Ja, die sind richtig. Okay, geile Gegner. Du hast es kein Ranked und nur weil du deinen fetten Fettarm... Digga, wie soll ich mich bewegen, Bruder? Schau mal. Die beleidigt mich nicht zurück. Aber ich sitz hier so, kann meine Maus... Aber kann mein Arm nicht bewegen? Kriegt ihr nicht von der Tastatur? Kann meine Maus somit auch nicht richtig bewegen? Weil ich hier eingeengt bin wie so ein Knecht. Weil mein PC zehn Meter groß ist und du deine Arme auf den Tisch legst. Wie ein komischer. Mit Controller macht man das nicht auf den Tisch. Sorry, Bro. Aber ist so. Ich geh auf Vorzeit, Digga. pseudoANGUS Really cool gradsendwerfen nur Nummer drei machen. Hast du dort die Arme auf den Tisch. Derächstiden wir noch nicht zusammen. Das war's. Oh Gott, also du bist wirklich ganz schön eingeschränkt, Murmelt. Ey, Murmelt, wir sollen hier diesen, äh, 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 den Stuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl. Ja, holt ihr schon mal ne Waffe, also. Ich hol auch erstmal ne Waffe und dann hol ich Auto, hiermit geht's zum Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl-Tuhl. Wie wäre es so ein Netten? Und jetzt? Digga, sag mir jetzt, wo bist du? Ach, du bist da. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt da ein Auto gelandetest, dann töd ich dich. Aber ich markiere auch nichts mehr, Bruder. Ich markiere extra da, wo wir beide landen. Ich sage, wir landen hier. Danach hol dir ein Auto. Geh nach oben. Bumm. Wer sieht deinen fetten Skill, ne? Oh, das ist eine Kacke, die hier. Den hast du in den Punkten nicht getroffen. Top 20. Top 20. Das ist ein guter Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, bau dich. Komm mal hier bitte. Mach mal auf. Ich mach das auf. Doch natürlich, das war die Kapsel oder so. Mach mal bitte auf. Ich geh nicht da hin. Digga, es laberst du. Die hast du dich jetzt eingekackt. Ja. Geh mal da hinten. Das ist wirklich nur ne Katze gewesen. Ich mein, das ist echt jetzt auf echt. Ja, stell dich mitten ins auf, oder? Oh mein Gott, Muni hat uns gejumpst gehört. Mich doch nicht. Ich wusste doch, dass das ne Katze ist, Digga. Weißt du, du hast Angst, mein Fenster aufzumachen. Die arme Katze, weißt du, erfriert auch. Ja, Muni schläft ihre Krallen an meinem Gymnastikball. Sehr smart, Tarino-Dino. So, Leute. Boah, die ist ja richtig. So, einer hat mein Video geliked. Kann auch mal gerne hier in mein Live da reinkommen. Wäre ein Schmackofatz. So, Muni. Äh, die haben schon Peter Griffin gekillt. Ja, ich hab's gesehen. Mach da einen Arm. Nein? Arm. Achso. Dann lasst ihr mal pushen gehen. Auf Lock. Ich bin schon weit hin. Oh nein, Muni. Äh, 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 ich meine natürlich... Muni! Mach hier. Die, die will hier gleich vor unseren... Nein, unser... Nein, nein, nein. Ey, kannst auch direkt da unten bleiben. Nicht auf meinen Monitor. Die will das. Sie sind unten. Die will auf den Tisch. Dann läuft die in die Monitor rein. Ey, bitte, bitte, Muni. Oh! Ich bin, du shinig. Hey, bitte, mach Sie. Ich bin hier wie. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. oh mein gott pp bagne je fais la baisse aber warum bin ich so gut an der spaß ich hab die übelst auseinander genommen ich hol die auch direkt hier hoch ne hier dürfte jetzt eigentlich keiner mehr sein darf ich die pappen? ne 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 darf ich die münze? äh ja zum healen halt ich hab die münze oh mein gott morame jetzt hab ich die pfote im auge weißt du wie viele bakterien da dran sind ich seh nichts mehr das brennt übelst nun ist auf meiner schulter wie in einer papagei nun ist der holt ihr den Luke? Digga, ich seh nichts mehr. Wieso wollte ich nur kurz Hallo sagen? Da ist die Spacken ins Auge. Nur kurz Hallo sagen. Aber man kann doch nicht auf Mömi sauer sein, oder? Überhaupt nicht. Hm, Noah 10 Minuten. Noah red einfach mal kurz auf einen TikTok. Weißt du, das eine Video hat einfach 500 Aufrufe. For real? 600 gleich. 579. Stark. So, warte ich red jetzt. Aber ich mach ein paar Versuche wahrscheinlich. Jo Leute, kommt alle gerne in den Livestream. Ich heiße... Tja, du bist gleich rausgeschmissen, ne? Wir müssen erst mal so... Also nicht wegen mir, weil ich das so finde, dass du mich auslässt, sondern wegen meiner Mutter. Ich hab gesagt, wir müssen leise sein, du schreist nicht das ganz so aus. Das weiß ich nicht. Sagen sie so, Moni hat gerade ihren Quotennamen. Irgendwas zu alt, das ist nicht so. Und dann... Ich mach nach der Runde eins, wenn wir in der Lobby sind. Was? Hast du Papa mit? Oder Mohamed? Hast du nichts mit? Ja, hätte ich für dich. Mache, geb ich aber nicht. Wieso? Spaß. Peter Glück. Ich hatte noch nie Peter Glück, ne? Also ich hatte noch nie die Mitte von Peter... Doch hatte ich schon mal, aber noch nie von Peter... Also... Wer ist der? Ja, aber ich weiß so. Also erst mal im Endgame, nicht von Anfang an. Digga, dass die... Dass die... Dass ich die geknett hab, obwohl die zu zweit waren. Und die Mitte von Shotgun, also ein Gegner. Und die Mitte von Shotgun... Hätte Zeit! Ey, ich gepusse, ich gepusse. Das ist die Scheiße da oben. Die sitzt auf dem Motorrad. Lass mir mal einen Lug, ich bitte. So wie du mein Wetzgekommel hast. Ist so. Digga? Ja. Trotz, trotz, trotz. Ich kann mir kurz hier den Mini... Und dann bin ich schon unterwegs. Viggy to go, sag ich. Und dann bin ich schon unterwegs. ich bin hier die Karte starten die Karte ist jetzt da die Karte die schmeißt die Sauersauce runter Digga was ist mit der ich die will raus, boxe ich mal kurz ein und lass sie raus bitte die Karte trottert sich an allen Sachen ab die will abgetrottert werden die will abgetrottert werden nein du sollst sie rauslassen ich krieg diesen Doppel äh wie sieht man schau mal ein paar Metz bitte ich hab nicht so viele hä warum schau mal Metz ich hab nicht so viele du hast von alle 500 außer von Holz hast du nur 420 und ich hab das gesehen dass du das Holz von meinem Typen aufgesammelt hast Metall kannst du wieder haben hier also hab ich wohl naja geb ich dir auch nichts mehr ok Digga ich hab ja nie wieder was ne ich will nicht mehr ne reicht jetzt auch nur ich geh jetzt auf meinen Schau achse wie Digga als wenn das jetzt schon ja 40 Minuten sind und wir sind in der Hütte und wir sind nie gestorben wir haben kein Winkoffeln jetzt wird mal Zeit mit der mythischen Shotgun Lieder der AR Lieder der Sniper und Lieder der Tee was für ein Sniper ja aber ich will nicht ich glaube Gegner wo? in meinem Träumen ohhhh bist du lustig ich hab mich fast eingeschissen so lustig bist du ich hab was frisches gehabt hast du doch schon hast du doch schon deine Mutter was erzählt oder was? ne auch schon da ah hast du gesehen? hab ich mich eingeschissen hab ich mich eingeschissen hab ich mich eingeschissen durchschossen Digga purz mein Mic war aus Digga ja aber da ist ein Gegner natürlich auch da kommt es bei den Gegner da bei dir ist einer hinter dir ist einer ach nee hab ich jetzt auch bemerkt hey bitte hol den hab ich den Hit gegeben nein was soll ich machen? einfach snipen weiter sag ich der hat alles für mich in der was einer genug der mich gekippt hat Kip wenn wir nicht den Oh mein Gott, ich habe einen Herzinfarkt. Was ist denn jetzt unterwegs auf mich? Jetzt guckt er auch noch in meine Richtung, Alter. Schatz-Sycho. Bin in-Zone. Die haben beide Medaillons. Die sind an der Seite. Schockwellgranate zu meiner Karte. Die andere Schockwellgranate zum Wegrennen. Ich muss eh dahin. Ja, danke. Ja. Warte, ich bin ganz so viel drin. Die Hutten aus-Ghost-Snipe. Ähm, du kannst mich ähm... Die Gegner werden nicht so poschen kommen. Du wirst die alle vernichten. Du wirst die alle vernichten. Ob du nicht die wirklich kriegen würden. Digga, was? Was? Digga, ich sag, die werden mich alle pushen kommen, während ich dich reboote. Du sagst, du wirst die alle vernichten. Wie wirst die vernichten? Du bist hoch. Ich hab' gefeiert, die werden dich alle an-Ding pushen. Ja, mich. Bei mir ist das echt komisch. Guck. Warum? Warum? Ja, das ist immer so. Wir sind direkt Gegner. Sorry. Ist der Bot? Wie jetzt? Ja. Soweit ich weiß. Ja, das heißt ein Herr? Ja, ist der Bot. Ja. Nein, ist der Bot. Nein, ist der Bot? Hast du gesehen? Ja, das ist ja. Ich hab' gefeiert. Ich hab' gefeiert. Ich hab' gefeiert. Ich hab' gefeiert. Das ist der echte. Das ist nicht wahr. Was ist das mit dem? Warum ist das so kacke? Ist das ein Bot? Ja, so ein Bot-Gicker? Das ist ein Fass-Gang. Was? Das war mein Erster, der Fass-Gang. Ach so, den der hatte. Ja. Ist er ja auf dem Zug? Lass auf dem Zug, da ist Loot noch. Hast du? MP. Da ist keiner drauf, oder? Ja, gleich, komm. Also, ich mein' 20 MP. Nee. Ist die Küste? Ist die nicht immer da? Ich war noch nie auf dem Zug, Digga. Also, nie länger als ein bisschen. Wir fahren auch direkt in die nächste Saison. Hälfte. Wollt der raus unbedingt biegen? Kann hier bauen die, ne? Aber nicht buchen. Der Bezug ist viel zu schnell. Oh mein Gott, bist du kacke. Aber ich schnau's kaum ab. Ich hab' mein Ding, das ist nur 290 Heilschutz. Gegner! Sechstzeltiger White. Alter! Warum sind die Wammel, die halt diesen White und so... Ab ein... Unter geflumpst. Genockt? Ja. Du bist Lügner. Du bist Lügner. Bin ich im Chat. Wen schießen die, die Dullis? Oh mein Gott. Schnell in Biggie. Digga, also wirklich! Wir müssen runter! Alter, du bist klein. Ich bin niemal mit dir. Nach der Runde geh' ich offline. Wieso? Digga, ich sag' ich brauch'n Biggie. Du klaust ihn. Dann sag' ich runter und bleib' stehen. Ich hab' mein Außersehen-Auto getroffen. Chill' mal. Ich werd' den Runde wieder getrunken. Digga, du kippst auch die ganze Zeit. Schnell' mal. Ich hab' keinen Bock mehr, ne? Du... ... ... ... ... ... Und dann ist er von den linken Video-Underechner erläutert, was soll ich das hier tun? Die linken Video-Underechner, und dann ist er von 60 nach 60. Das heißt aber auch, Bruder, ich kann nicht nur in die Sonne spielen. Ich hab ja alle nicht gesehen, aber ich hab ja auch in die Sonne betrieben. Ich hoffe, ich will da alles wieder an. Und, äh, dieses Kreis-Auto, ich weiß keine Ahnung. Ich hätte ein Video, dann komm in den nächsten... Ich hab die Video-Underechner auch geöffnet. Mhhhhh! Wenn sie dann fallen, also, du kannst dann jetzt ja... Ah, die werden ja auch mal mitreden. Oh, ich hab hier. Nicht aus, wie? Ich hab hier. Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier ja nicht. Okay, ich hab hier in die Bühne gemacht. Genau, die werden live aus, äh, YouTube. Äh, ja, okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Können Sie keinen, äh, die ist, ob ich unseren Namen sagen will oder, äh, ähm, euch einfach mir... Vielen Dank. 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 Look at me. Hey, heute mal doch. Mach einfach ein Beryl. Werbung. Kostenlose Werbung. Töte mich heute bitte nicht. Late Beryl. Töte mich heute nicht. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Oh mein Gott, ich gebe dir ein 38er mit einem goldenen Spaß, was soll der Scheiß? Ja, freut ich mich nicht. Was war das super von der Superkraft? Ich hatte, wenn ich dich mit meiner Mammutpistel getreffen wüsste, für zwei Sekunden eingefroren. Aber du hast nicht einmal geschossen mit der Mammutpistel? Doch, ich habe versucht, aber habe ihn mal reingeschissen. LeBron James, Logan Paul, extra live. Das ist okay. Ich glaube, ich kann gar nichts mehr machen, wenn ich springe. Digga, du hast 300 HP. Guck mal, wenn ich springe, ich kann nicht mehr bauen. Ich will gar nicht, ich muss noch einmal springen. Oh nein, komm mal. Warte, ich wollte extra werden, wenn ich aus der Haustür gewählt habe. Aber in der anderen Seite ist man gelockt. Ich konnte keine 90s bauen. Warum? Nein, ich springe, weil du mit dem Bond selbst sehr schlechtes Gebäude. Hey, du musst ja nicht springen. Es gibt auch 90s, wenn ich nicht springen muss. Ja, Digga, die kann ich gerade voll langsam noch 90s bauen. Digga, das ist genau gleich schnell. Soll ich mal kurz zeigen, ohne dass du mich tut hast? Michael Jordan? Da müsste ich doch mit dem Spreng irgendwas machen. Warte, Mann. I'm limited. Slurp Juicy. Oh, warte, lass. Ja, ich bekomme wohl endlich Schild. Jetzt baue ich mich hier ein bisschen ein. Jetzt habe ich meinen Schild wieder. Denk einfach voll Bock. Soll ich gleich öffentlich? Ja, aber noch nicht jetzt. So ein bisschen noch ein bisschen. Ich muss mich da noch rein fuchsen. Ich will mal Donald Schwampen haben. Ich denke, ich habe schon wieder Michael Jordan. Jeff Bezos? Was hat er? Hit in... Ich weiß nicht mal, was das heißt. Engel spruchelt. Geht wieder rein. Das du für 5 Sekunden alles hittest. Oder bin ich dumm? Hä? Ja, okay. Jetzt bist du halt weg. Okay, toll. Ich bin wieder bang. Okay. Perfekt. Weißt du, ich habe nichts von der anderen Seite angezeigt. Ich habe mir gedacht, ich werde es kommen. Warners. Warners. Scheiß. Ach. Was Gott. Ich dachte, du warst eine, zweite Hände. Decke wieder einig,ъ der Fische hier, meine Tropval. Gemeinsatz. Gotcha. Was ist denn? Copyright? Copyright. Ich will mal Michael... Digga, hallo! Ich will mal... ehh... Eishow Speed. Kann man den überhaupt bekommen? Der sah so aus. Der am Anfang sah aus wie Speed. Wo ist der denn? Da, der ist der Speed. Was hat der? Na, was ist der? Der ist der Speed. Und jetzt? Digga, du bist so ein Ehrenloser. Warum? Wie hast du das die ganze Zeit? Ach so, wegen du halt was für den Sprengen? Digga, wie kannst du abfragen? LeBron James, LeBron James. Ja, aus Angst gilt, Digga, machen da nur Noobs, ne? So Leute, die auf der Switch spielen oder so. Und Mohammed Mustafa heißen und denken, die sind Top 20, obwohl die Beinemann 2 sind. The Rock, was kann der? Der ist bestimmt super stark. Spawn... Was? Du kannst fliegen? Und Eishow Speed. Wer war das? Eishow Speed, ich konnte fliegen und ein Pickaxe macht dir 1000 Schaden. Digga, ich weiß aber, ich weiß, mein... Aber, ähm, The Rock ist auch übel zu viel. Der spawnt Boxen. Ich weiß aber, die kann man nicht editieren. Habe ich gerade versucht. Oh, jetzt bin ich The Brown James. Noah. Jump. Donnie. Digga, du kannst alles von deinem Bildschirm sicher. Du kannst doch auch nicht mehr ausgehen. Du kannst doch nicht mehr ausgehen. Was du nicht für Frauen werden? Digga, ich hatte kurz 10 Sekunden abgehen, ne? Weil du so hochschluss. Ja. Hast du mich gesehen? Ja. Ja. Das ist abkack. Du bist doch schlecht. Digga, ich hatte 20 AP und hab' die ganzen Spiele. Du bist doch nicht mehr so hochschluss. Du bist doch nicht mehr so hochschluss. Du bist doch nicht mehr so hochschluss. Wie viel Aufruf hast du jetzt eigentlich? Nach dem Video? Ja, so. 2-0. 2. 2-0. 2. Hi ownership speed. Ist ja auf. 57. Stark. Wo ist er? Warte mal vor an welcoming, oder? Ist aber auch swirl jetzt. Hey Digga! Ja jetzt ist ja voll einfach, Audr-Zo-zejす wie zu wählen, wenn man weiß, was kann man da ... Ja Digga, aber ich hab' ich gas-tipp des TP jetzt lineup für seals finished job. Ich hab die A gemacht. Echt jetzt? Mit Elon. Ich wollte ganz sagen, wie bist du auf einmal so schnell weggegangen. Es war Flash. Oh, Mr. Beast. Ich brauch Geld. Emote to damage close enemy. Okay. Komm mal her. Geh mal an meine Wand bitte. Ja. Warum bin ich so frei? Ich hab dir keinen Schaden gemacht. Ich kann da nicht bauen. Ich kann da nicht tanzen. Nein, du nix. Ich konnte dich durch Wände sehen. Echt jetzt? Ja, ich war Ronaldo. Hä? Messi und Ronaldo können das gleiche? Nein, Messi hat eben Wände und konnte durch Wände sehen. Aber ich konnte auch durch Wände sehen. Ich war nicht Ronaldo. Doch, du warst verhört Ronaldo. Nein, nein. Ich bin das fürcht. Hä? Du kannst noch... Hast du noch Betzen? Noch Betzen. Warte mal kurz. Auch mal kurz testen. Ey, hör auch kurz bitte. Ach, ich mach andere testen. Warte mal, ich springe. Okay, mach eins. Uah! Oh Mann. Wo bin ich die Box? Ich muss nur springen. Kannst du mir jetzt 200 Hacker geben? Ja. Wie das? Keine Ahnung, wie ich bin gesprungen. Guck, ich springe. Ich gebe dir hin. Ich gebe dir 120. Ich bin so... Schwung... Bam! Ich dachte eh 300 HP. Oder 400 HP. Bruder, da ist LeBron schon viel zu... Äh, viel zu James. Viel zu. Digga, schon wieder Taylor Swift, die Müfti. Was bringt mir das denn nicht? Crouch, du fliehst halt weg. Ja, und? Und dafür würde ich direkt neben dir sein. Hat's funktioniert? Ja. Digga, fliehst du. Du hast wieder irgendwen mit der... Ich hab nur versucht, nicht mit dieser Mamu. Mamu, damit ich eingefreut bin. Mamu, damit ich eingefreut bin. Digga, fliehst du. Ich hab die ganze Zeit durch, probiert dich einzubauen. Oh mein Gott, wir haben einen Aufruf, Noah. Krass. Ja, okay. Das bringt halt nichts, ne? Was könnte er halten? Du sollst da. Ich weiß nicht, was du Taylor Swift. Danke, du Fleiß, deine Stimme. Warte kurz, bitte? Du musst bei dem Boden ist kaputt. Ja. kann ich noch einmal verstecken der zeitpunkt ich hätte so ein scheiß der netz hat geben können es ist wofür die sohn kommt dann einfach da rein aber sieben sekunden länger ok du läufst durch meine wände war das ein superheldenkram Guck mal auf mein Bildschirm, guck mal auf mein Bildschirm, bitte. Du bist aber durchgelaufen. Ja! Ja! Ja, war richtig lustig, Mohamed. Irgendwie schon, ne? Ja, war richtig lustig. Irgendwie schon. Du läufst durch meine Wand. Übelst lustig, Mohamed. Ich hab fast vergessen zu laufen. We don't support chicken. Gibt's egal, die Bär soll die Ketten? Du bist ja besser genutzt als keine Ahnung mehr. Guck mal in mein Livestream. Ich duck da, dann fliegst du in die Ecke, damit ich reingang und dann BOOM! Du bist jetzt mal in Korn gegangen. Nein, bin ich nicht. Ich hab ja... Ich hab geedited! Du hast mich in dich rein editiert. Du hast mich durchkatappelt hier, sozusagen. Und so was würde ich niemals machen. Ja, meine Güte. Diese Superkraft ist so unskillt. Ja! Du willst einen nur damit aufregen, oder? Ja! Nein, an der Fall 2-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty-Statty. Ich hab gedacht, man respawnt woanders wieder. Und im Namen, man spawnt, äh, dort nicht. Wie nervig. Dann ist das ja gar nicht so praktisch. Dann kannst du da einfach hinziehen, die ganze Zeit. Drake! Oh, Drake hat ihn noch nicht. Achso, doch. Das ist mit diesem Mammutpissen. Ja. Ja. Shoot player to freeze for two seconds. Aber wohl gut, dass du was mit der Mammutpissen hast, weil das die einzigste graue Waffe ist, oder? Weil man die nur mit dem hat. Hä? Du hast dich geduckt, du Penner. Du hast mich so Biest. Ich hab getanzt. Du hast dich jetzt nicht nur verkämpft, ne? Wir wollen das doch mal ausprobieren. Du hast ja nicht geschafft. Oh du Wichser, hast du es wieder gemacht? Ja. Das war jetzt Instant Cam an der Mal. Wäre geil. Ich dachte, man kann dich da nicht anschießen, weil wenn ich... Digga, halt doch mal kurz deine Chance, wenn ich rede. Ich dachte, man kann dich nicht anschießen, wenn du Fiest bist. Wie viele Aufrufe? 150. Ja, ja. Digga, schon wieder. Also diesmal... Wann kommt denn hier so eine Minute, Digga? Wie da muss man denn warten? Nein, hör auf, wenn du kommst. Nicht, wenn ich was ausprobieren will, bitte, Moment. Nein, ich kann dich nicht wieder runter, Moritz. Bitte, Moritz, nicht, wenn ich was ausprobieren will. Okay, okay, was willst du ausprobieren? Digga, ich sag dir, was willst du ausprobieren? Ich will ausprobieren, wenn die Sonne runter, wenn das dann klappt mit diesem Jeffy Bayser. Gib mir dafür dein Flüchtig, Digga. Ich hab dich gelassen. Und du gehust dich dann einfach an. Wir warten jetzt bis die Sonne da. Also nein, ich will nicht. Ich will nicht. In der Zeit können wir ein bisschen Bauern so früh bilden. Dann haben wir noch nie gefeiert, glaube ich. Die Sonne kommt. Ach, die ist bei 50 Sekunden schon ganz am Ende. Okay, wir müssen warten, bis hier so eine ganze neue Mitte ist. Ja, wir können viel Geld. Was denn? Verrückwirkung. Ja, aber müssen wir das, wenn du jetzt hörst. Dann hör auf. Ich will das testen. Warum hast du das nicht gemessen? Ah, vielleicht ist es in dem Tresor auch, äh, Zone. Weißt du, was ich meine? Ah, ne, wirklich für 5 Sekunden? Jetzt hab ich schon Schaden bekommen. Das war jetzt dumm. Hier wieder. Nein, nein. Das Ganze war alles. Dafür teste ich das doch. Okay, mach jetzt. Nein. Ist auch Zone, also bringt nichts. Ja, du wirst. Ich bin schon tot. Ja, doch, ich werde länger mal legen. Warum? Okay, wir kommen dann hier weniger Schaden. Ah, zu vorne. Papa. Da kam so. 160. Was steht da? Durchschnittlich, ist durchschnittlich, äh, wird da drüber gebaut. Durchschnittlich, durchschnittliche Wiedergabe da war. Oh, boi. Oh, boi. Wir können das öfters als einmal machen und ich nicht. Ich hatte Aim-Bot, hab mit 5 Sekunden klappt. Entschuldigung. Wenn ein Aim-Bot nicht tötet, der ist schlecht und gemütet. Schade. Jetzt mal her. Ballen mal. Nein, mal oder wer? Oh, du bist jetzt. Oh, Ronaldo. Hm. Zum zweiten Mal, ich war so gut. Ja, aber ist das denn mit Aim-Bot? Nein. Du sagst, dass das da mit Aim-Bot. Ja, nehmen wir. Ich bin mit Wind. Ich hab mich nicht mehr. Was? Was? Leute, kommt alle gerne rein. Wir sind live auf YouTube. YouTube? 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 Lass euch mal kurz. Vielleicht noch ein bisschen live. Aber wenn gleich. Also eigentlich Streamer nicht für die Zuschauer, sondern für mich. Aber ich hab da gar keinen Bock drauf. Was ist das? Ist das ein Rift? Wie hast du? Teleport? Wie kannst du dich hier rein teleportieren, glaube ich? Hallo? Findest du noch was cool? Ja, richtig. Oh mein Gott, ich hätte mich einfach teleportieren müssen. Hä? Wie? Achso. Das ist dieser Typ. Ach so. Der Tresor brennt gar nichts, Digga. Man kann sich hier nicht mehr trainieren. Wie schwer, dich schon mal immer, ne? Ich bin über der Decke. Digga, man kann sich hier einfach... Man kann sich hier drinnen trainieren. Du wichser, du! Okay, du hast das schon zweimal wieder benutzt. Einmal. Zweimal. Vorhin hast du auch nochmal. Äh... 27 Mal hast du das noch... Nein. Echt? Digga, wenn ich... Du hast 29 Personen vernehmt. Ja, noch. Haben wir gerade sogar gezählt. Du sagst, es ist jetzt nah. Hast du was gemacht? Ich hab keine Ahnung. Wie wenig im Leben hat das denn? 88, Junge. Was ist das für eine dumme Frau? Ich hab's schon zweimal gesagt. Aber du gehst mal auf den Sack, Digga. Ja.